Was geht ab Leute, euer Frapses hier und zwar aktualisiert sich gerade der Shop und wir schauen uns mal an, was heute in den Shop kommt und da ist der neue Shop, Freunde. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, wir schauen uns erstmal die täglichen Gegenstände an und zwar haben wir dort zum einen Disco-Fieber, Freunde, für 800 V-Bucks, geht absolut fit, also ich mag den M-Mode auf jeden Fall, mega, mega lustig. Dann, Freunde, haben wir hier Strahlenden Stürmer für 1200 V-Bucks, bin ich nicht so der Fan davon, muss ich auf jeden Fall ehrlich sagen. Dann, Freunde, haben wir hier auf jeden Fall den Prisma-Gleiter für 800 V-Bucks, dann haben wir hier die Strahlende Streiterin, also die weibliche Variante für 1200 V-Bucks, dann, Freunde, haben wir hier die Spitzhacke Geist für 800 V-Bucks und wir haben als letztes Klappe die 14. Ich persönlich mag die Klappe die 14. Meiner Meinung nach ein richtig cooler M-Mode, feiere ich auf jeden Fall. Kommen wir mal zu den vorgestellten Gegenständen. Wir haben dort auf jeden Fall auf der rechten Seite einmal Funky Kommando für 1500 V-Bucks. Keine Ahnung, warum der jetzt schon wieder im Shop ist, weil Epic Games hat nämlich gemeint gehabt, dass der nicht mehr kommen wird, bla bla bla. Da war auf jeden Fall ein bisschen Wind drum, weil ihr müsst bedenken, Freunde, das ist ein Skin aus der Season 2. Natürlich hat dieser Skin auch die Spitzhacke, die passend dazu ist, und zwar Disco Trubel für 1500 V-Bucks. Ist eigentlich ganz angenehm, die Spitzhacke, aber ich bin ehrlich, Leute, 1500 V-Bucks ist es mir einfach nicht wert, für diese Spitzhacke hier auszugeben. Dann, Freunde, haben wir jetzt hier auf der linken Seite Flytrap, den legendären Skin für 2000 V-Bucks. Hier an der Stelle kann ich euch einfach vom Kauf abraten, absoluter Scam-Charakter, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Also, der hat auch keinen Rucksack oder so, und er sieht einfach so hässlich aus, dass euch die Gegner direkt finischen, weil ihr einfach so hässlich seid. Deswegen, Leute, lasst einfach mal die Finger davon. Passend dazu haben wir auf jeden Fall aber die Spitzhacke, und zwar Reben. Wenn man damit schlägt, Freunde, macht das auf jeden Fall so coole Animationen, als ob da so, ich sag mal, Pflanzen oder Wurzeln rauskommen würden. Und beim Gleiter ist das das gleiche, Venusflieger heißt der, und er sieht auch mega cool aus, und bei dem ist das auch so, dass wenn man durch die Gegend fliegt, dass dort dann so ganz kleine Wurzel rauskommen. Auf jeden Fall, Freunde, war es das mit dem Job hier. Ihr könnt natürlich gerne die Videobeschreibung abschicken für günstige PSN-Karten, und vergiss nicht, heute wird auf jeden Fall ein neues Update kommen, und zwar, Freunde, auch im Battle Royale-Modus. Und, Freunde, auch im Rette-die-Welt-Modus. Im Rette-die-Welt-Modus werden wir auf jeden Fall eine neue Waffe bekommen, sowohl auch im Battle Royale-Modus. Dort, Freunde, werden wir die neue Maschinenpistole bekommen, auch zu sehen hier auf diesem Bildchen. Und dort, Freunde, könnt ihr selber im Hintergrund sehen, dass es die schallgedämpfte Maschinenpistole ist, nur ohne Schalldämpfer. Normalerweise heißt die Waffe Spectre, also im Rette-die-Welt-Modus heißt sie zumindest so, und die ist eigentlich richtig, richtig overpowered. Ich denke mal, die Maschinenpistole wird es auf jeden Fall einmal in grün und einmal in blau geben. Wie sie sein wird, werde ich auf jeden Fall morgen in einem Video euch vorstellen und natürlich auch zeigen. By the way, Freunde, ist auf jeden Fall Fortnite im Angebot. Natürlich haben wir da so einen kleinen Bug, dass wir da selber nicht drauf zugreifen können, weil das Angebot erst ab 10 Uhr morgens, beziehungsweise 14 Uhr gilt. Deswegen, Freunde, kann, oder beziehungsweise, da können wir einfach nichts dagegen tun. Und ich werde euch auf jeden Fall nochmal informieren, sobald Rette-die-Welt komplett im Angebot ist. Ich werde einzelne Videos darüber machen und euch ganz genau erklären, was ihr am besten kaufen solltet und was nicht, Freunde. Und auf jeden Fall, wenn ihr in den Playstation-Store geht, könnt ihr das Ganze euch selber anschauen. Dort sind dann in den zeitlich begrenzten Angeboten auf jeden Fall Rette-die-Welt im Angebot. Aber ihr könnt das Ganze nicht kaufen, Freunde. Das muss auf jeden Fall euch bekannt sein, beziehungsweise bewusst sein. Wie gesagt, aber ich mache nochmal ein extra Video dazu, wie genau das Ganze funktioniert, was wir für Packs kaufen sollten und was es da gibt. Ihr könnt es selber sehen, Freunde, die sind alle da, aber die sind halt nicht erhältlich, weil das Ganze erst ab 10 Uhr freigeschalten wird. Dann würde ich mich aber jetzt auch schon hier an der Stelle verabschieden. Das waren soweit mal die Informationen. Lasst mir gerne einen Daumen da, Freunde. Ich bin mega gehypt auf das Update morgen. Wir sehen uns dann aber auf jeden Fall safe gegen 14 Uhr mit einem neuen Video. Ich würde mich dann verabschieden und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Ciao.